Showa Dainichi Nisai 42cm Weiblich 99% Keine Merkmale für einen Mann, alles glatt, kein Samen beim Abstreifen Also im Moment ist der zu 99% Weiblich und ich bin mir da ziemlich sicher bei der Sicht Showa Dainichi Nikata Qualität ist er gut, der Kopf ist noch relativ dünn, das wird sich noch ändern, der wächst noch, der ist noch nicht ausgewachsen Also der gleicht sich noch an, der Körper ist gut, lang gestreckt, Kopflänge ist auch gut Also 70cm kann der schaffen, schauen wir mal Showa Dainichi Nikata ist bei Dainichi Nikata immer gut, wer hier interessert, der ist noch frei auch hier ist noch schwierig, dass der wächst noch ein Mal gib Alk Ana Warm Wim nouveaux Taj